Hallo zusammen, das ist Liana, ich bin Noemi und wir zeigen dir jetzt eine KV-Ausbildung mit Perspektiven bei der Pfeiffner Messanlage. Kommt doch mit! Wir sollten zu Pfeiffner kommen, weil Berufsbildner sich mega für uns einsetzen und wir bekommen mega viele Möglichkeiten, die wir sich auch weiterentwickeln können. In diesen drei Jahren bekommt man einen Einblick in sechs verschiedene Abteilungen, und zwar Buchhaltung, Export, Einkauf, Sekretariat, Geschäftsleitung, Marketing und Forschung. Durch die verschiedenen Eindrücke merkt man, was einem dann am besten zusätzlich zu hat. Schon am ersten Tag, als wir hierher kommen, werden wir mit offenen Armen empfangen. Das Team nimmt einen super auf und jeder unterstützt einen bei allem, was er macht. Wir haben mega coole Mitarbeitende und das Team ist auch einfach grossartig. Pfeiffner ist eine internationale Firma, darum sind Fremdsprachenkenntnisse sehr von Vorteil. Mitarbeiter sind sehr vor einem da und den freundschaftlichen Umgang im Team merkt man sehr. Wenn du bei uns die Lehre machen möchtest, wäre es mega cool, wenn du ehrgeizig wärst und offen und kontaktfreudig und wenn du Humor mitbringen könntest. So, wir haben dir jetzt einen kleinen Einblick in unseren Arbeitsalltag gegeben. Wenn es dir gefallen hat, dann bewirre dich jetzt bei uns. Endlich haben wir es geschafft! Endlich! Kaffee? Kaffee! 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 Kaffee!